Also, habt ihr Fragen? Ja. Fragen später. Wollt ihr was trinken? Wasser, Kaffee, Cola? Wasser. Kaffee. Ist aus. Was? Wasser oder Kaffee? Beides. Danke. Ja, nicht dafür. Meine Herrschaften, bitte. Jetzt warten Sie, kommt nicht einfach, kommt der Arzt. Oh Gott, mein Gott, das ist doch nicht real. Verklick, vereint, verhackt, verleimt mit diesem Mädchen hier im Hospital. Egal, ich warte einfach mal. Hab keine Pläne, drum ist es mir gerade scheißegal. Wollt nichts einst poppen, ist doch klar. Weiß jetzt schon nicht mehr, wo es war. Mit Coca-Cola in der Disco oder irgendeiner Bar. Doch jetzt, verdammt, verdammt, so eng bin ich verlinkt. Nicht mal ein Furzer, da noch Platz, jetzt ohne dass es stinkt. Alles in Ordnung? Was? Ja, super. Und bei dir? Super. Volltreffer, scheiße, was jetzt, warum bin ich hier? Nach ein paar Wortgas, Brandenfeuer in mir. Nur drei Küsse an der Tür, hätte ich ihm bloß die Telefonnummer gegeben. Aber nein, es musste sein, gleich rein. Jetzt steckt es fest, das Schwein. In dieser dummen Nahe, Gott, lass uns jetzt nicht allein. Schmerz dem Rücken und den Beinen kann mein Ding schon nicht erspär. Schmerz uns bitter, es ist bitter, wollte sie doch nur verführen. Gleich rein, damit so lange steht, nun steckst du fest. Und nichts mehr geht, jetzt bleibt ein Schleitlos, nur Rüst. Ah! Oh Gott, mein Gott, das ist doch nicht real. Was fliegt da einfach, ein Verleih mit diesem Mädchen hier? Hospital, egal. Ich wollte da einfach mal. Hab Branden, Tränen, und es ist mir gerade scheißegal. Nur ein Wunder kann uns helfen, darum bitten wir dich dort. Ah! Vielen Dank.